Die Naturkautschukmatratze entspricht dem Muskel- und Bindegewebe. Sie sorgt durch eine punktgenaue Entlastung des Auflagedrucks für eine optimale Durchblutung in der Nacht. Auf herkömmlichen Matratzen bewegen wir uns 80 bis 120 Mal. Und sobald die Durchblutung ein wenig abgedrückt ist, fühlt es sich nicht mehr so fein an und man bewegt sich. Sobald man sich bewegt, kann man sich nicht mehr in der Tiefschlafphase befinden und dadurch wacht man morgens nicht so frisch auf. Auf Samina bewegen wir uns nur 20 bis 30 Mal, was für eine bessere Durchblutung sorgt und dafür sorgt, dass man besser in die Tiefschlafphasen kommt und erholter aufwacht.